Hey, seht ihr, das ist der Junge, der immer hier sitzt. Hey, spiel weiter, das ist jetzt egal. Ich sag doch das nicht, er sieht traurig aus. Hey, lass uns ihn fragen, ob er mit uns spielen will. Hey, willst du mit uns spielen? Ja, gerne, das freut mich. Hey, das ist der Junge!